Ja, hallo, grüß euch, grüß euch, grüß euch, ich bin in der Wagergasse in Neumittandorf und die haben wir umgetauft, als Weihnachtstraße haben wir die umgetauft und haben sich einige Leute Mühe gemacht und haben andere Häuser geschmückt und wenn es vorbeikommt, schaut euch das an. Ich wünsche euch jedenfalls einen schönen Advent, schöne Weihnachten und ein gesundes neues Jahr. Ein fröhliches Tschüss. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020